Heute gibt es mal wieder ein tägliches Shop Video. Für einige die es vielleicht noch nicht wissen, für den täglichen Shop bleibe ich immer bis 2 Uhr nachts wach, um euch die neuen Gegenstände zu zeigen, wenn es welche gibt oder halt was da im Shop kommt. Shop aktualisiert sich auch in 5 Sekunden. Also immer verdächtig bei der Lama-Glocke. Dann hier einfach Prisma. Brauche ich jetzt auch nicht so. Dann die Sturmtruppe rein. Das ist eigentlich fast ein Nosekin. Du kannst ja schliefern. Kann man jetzt auch irgendwie... Nö. Natürlich muss man jetzt zurückgehen. Ich überlege mal, ob ich den hole. Was? Stachlik. Ja. Das Spielsacke sieht nicht so schön aus. B-Spezialisten. Spezialistin. B-Spezialisten. Ich weiß, ob ich den Männchen Skin tenein oder nicht. Der Männchen Skin. Spinnenreiter Ja, auch Spinnenschilde zurück. Als es war. Dann den passenden Hängegleiter. Flugweber. Ist einfach eine fliegende Spinne. Dann die Spitze Alkanetz-Fetzer ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Das war es dann auch wieder zum Shop-Video, ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum Shop-Video.